Hello everybody und herzlich willkommen bei Fairkinghoff International. Mein Name ist Andi und heute sprechen wir über ein Produkt von Primary Arms Optics, über das SLX RS10. Hier ist es. Bleibt dran, mehr nach dem Intro. Ein oder zwei Eckdaten zum SLX RS10. Mini-Reflexvisier, drei Moa Red Dot, für Lang- und Kurzwaffen geeignet. Vormontiert ist eine Picatinny inklusive Low Profile. Interessante Sache, Adapterplatte für Glock MOS. Sehr beeindruckend. Batteriestandzeit 40.000 Stunden von der CR2032. Gehäuse Alu, Beschichtung Hardcord, 30,3 Gramm leicht und der Footprint per se ist Dr. Side Noblex Standard. Aber schauen wir doch mal rein. Kleines Unboxing. Was erwartet uns? Bedienungsanleitung, ganz obligatorisch. Reinigungstuch, Schraubensicherungsgel, die Optik mit Schutzkappe, hier die Montageplatte für die Glock MOS, einmal die Inbus für die Montage und zum anderen um es einzuschießen. Wenn wir uns das im Detail hier angucken. Außenliegender Batteriefachdeckel ist ein Riesenvorteil. Ich muss die Optik einfach nicht abmontieren, wenn die Batterie hier in die Grätsche geht. Aber 40.000 Stunden Standzeit, bis hier ein Wechsel ansteht, 40.000 Stunden, lange, lange Zeit. Ansonsten, es ist ein Red Dot, aber ein sehr leistungsstarker. Hier die Picatinny-Montage bereits vormontiert, um die abzunehmen. Es ist auch brutal einfach. Zwei Schrauben hier, die runter und dann die Adapterplatte drauf, die ihr haben wollt. Wie schon erwähnt, ist eine Dr. Noblex Standard, kriegt ihr eben auf der Market für wenig Geld und schnell organisiert. Für die MOS, Glock, ist sie mit dabei. SLX RS10. Mehr Informationen auf der Webseite, Link in der Description. Ansonsten, liken, teilen, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Fährkinghof International, euer Andi. Servus. Mehr Informationen auf der Webseite, Link in der Videobeschichte, Link in der Videobeschichte, Link in der Videobeschichte, Link in der Videobeschichte.